Die Diktatur der Guerillatruppe Rote Khmer brachte das Land wirtschaftlich zu Fall, wovon es sich bis heute nicht erholt hat. Außerdem steht Kambodscha großen sozialpolitischen Herausforderungen gegenüber, beispielsweise weit verbreiteter Armut, Korruption und niedrigen Bildungsstand. Wir als Team glauben deshalb, dass wir durch Investitionen in die Bildung und Gesundheit mit dieser jungen Generation das Land prägen können. Ganz konkret gelingt dies durch die Patenschaften mit Kindern, die es ihnen ermöglichen, in die Schule zu gehen und einen Arzt sowie einen Zahnarzt zu besuchen. Wir wünschen uns, dass die Programmteilnehmer auch an weiterführenden Schulen lernen können und ihre Ausbildung nicht bereits nach den ersten paar Schuljahren abbrechen müssen. Mit diesem Projekt wollen wir die Jungen von den Straßen fernhalten. Wir wollen sie fernhalten von Alkohol, Drogen, Prostitution. Wir wollen, dass sie hier Spaß haben. Ein Ort der Hoffnung und des Neuanfangs in eine bessere Zukunft.